Hallo und herzlich willkommen zu Sophias Pinke Welt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch einen ganz leckeren Vanille-Himbeer-Dessert zu Hause selber macht, der auch noch super toll aussieht, schräg im Glas geschichtet. Zeige ich euch. Was wir alles dafür brauchen, seht ihr hier, das ist eine Packung Vanillepulver, da braucht man immer noch 500ml Milch dazu, 40g Zucker, das sind 6,5 Esslöffel, Himbeeren zum Dekorieren und wer möchte, nehmt zum Beispiel noch Himbeergütterspeise, wie ich es gemacht habe, die müsst ihr dann noch mit 500ml Wasser anrühren oder ihr könnt auch einen Erdbeer-Pudding nehmen oder wer es halt nicht gerne pink möchte, mit einem Wochen-Schokoladen-Pudding, sieht auch toll aus. So, dann wollen wir anfangen. Ihr müsst den Pudding ganz normal nach Packungsanweisung hinten zubereiten, das heißt, ihr kocht erstmal die Milch, rührt das Pulver an mit dem Zucker und kocht in ein paar Minuten. So, dann nehmt ihr euch Gläser. Ich habe jetzt einfach so schöne Tulpen genommen, das sind Whisky-Gläser, wenn es einfach schöner aussieht, könnt ihr aber auch ganz einfache Dessertschälchen nehmen. Damit der Pudding auch schräg gelingt, nehmt ihr, ich habe hier eine Muffinform genommen, könnt aber auch einen Eierkarton nehmen zum Beispiel, legt ein Zeva dazwischen, damit nichts kleckert. Und dann stellt ihr die Gläser schräg nach oben, damit ihr den Pudding so befüllen könnt, dass es halb schräg aufliegt. Beim Abkühlen, wenn es fester wird, habt ihr nämlich genau so eine schräge Form drin. Zeige ich euch jetzt. Für die zwei, für das zweite, haben wir die Pinke-Götterspeise genommen. Das ist einfach eine Himbeer-Götterspeise, die ich da genommen habe. Die habe ich mit 500 Milliliter Wasser angerührt. Ich habe natürlich ein bisschen gewartet, bis das Ganze abkühlt und habe dann mein Vanille-Dessert genommen, das vorher vier Stunden im Kühlschrank abgekühlt ist, damit sich das nicht vermischt, damit ihr nämlich eine feste Masse habt. Ich habe das einfach oben aufgefüllt und hier auf dem Bild seht ihr, wie toll das schon aussieht und wie viel diese Gläser ausmachen alleine, weil das schon viel appetitlicher aussieht. Und dann könnt ihr jetzt noch Himbeeren nehmen zum Dekorieren. Wie gesagt, wer möchte, kann auch gerne einen schwarz-weißen Dessert nehmen. Dazu nehmt ihr dann einfach als zweites einen Schokopudding. Den müsst ihr dann auch mit Milch und Zucker anrühren und zu Schräg schichten, wie ich es gemacht habe. Und dann, wer, wem es gefallen hat, der lässt natürlich ein Gefällt mir da oder abonniert meinen Kanal und lasst es sich schmecken. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Sophias Pinte Welt mit Sophia. Tschüss und guten Appetit! Tschüss und guten Appetit! Tschüss!